Hat er es begriffen? Er braucht Ratenzahlung. Alles gut, kein Thema mehr. Kann ich es nicht glauben. Na du Penner, hat dich mein Sohn jetzt in den Arsch getreten? Siehst du jetzt den Schwanz an? Ja, das kann ich gleich. Hat gerade was zu tun. Ihr Freund? Nee, nicht direkt. Man kennt sich. Ein Kollege. Sie hätten ihn früher bringen müssen. Hätten, hätten, hätten. Mach deinen Maul auf! Es tut mir leid, wir... Wir vier konnten nichts mehr. Das war doch nur der Beune, Mann. Der ist in Dickkopf. Der schickt nicht so schnell. Das war ein Schädelbasisbruch. Morgens um sieben, ich loch im Halb. Mann, lass mich eindrücken. Ab, Alter. Erzähl mir jetzt nicht, dass das Bullen sind, Alter. Ich bin ein Schädelbasisbruch.